Das Stück, das ich jetzt spiele, ist der Königsjodler. Der Königsjodler stammt eigentlich in seiner bekanntesten Version von Fredel Fesel und ist aber wahrscheinlich schon deutlich älter. Ich habe jetzt also Recherchen angestellt und habe festgestellt, dass der Königsjodler auf der gesamten Welt bekannt ist. Dieses Arrangement, was ich jetzt so spiele, dauert etwas länger. Deswegen wird es wahrscheinlich auch auf mehrere Videos aufgeteilt. Man sieht schon, ich habe hier so ein paar Instrumente bei mir. Das heißt, ich werde es auch auf unterschiedlichen Instrumenten spielen. Die bekannteste Version von Königsjodler ist die von Fredel Fesel. Ungefähr im C durchgespielt. Der König geht zum Jagen. Es ist schon lange her. In seine blauen Berge. Das Herz war ihm so schwer. Da hörte er ein Singen aus steiler Felsenwand. Und spürte, wie ganz wunderbar sein Herzeleid entspann. Der König rief den Zänger und reichte ihm die Hand. Er lohnte ihn mit Silber, mit Gold und Diamant. Mein Herr, der ist gelungen, den König zu erfreuen. Zum Dank soll deine Melodie der Königsjodler sein. Das war die Version ungefähr so vom Fredel Fesel. Zum Dank. ��ededWarge. Zum Dank. Vielen Dank.